hallo leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten jumpforce video ich habe immer wieder zwei mod charaktere für euch raus gesucht ich habe eigentlich alles gesagt ich mache das als einzelnen charaktere aber ich denke mal die kann auch zusammen machen ich finde die passen auch gut zusammen und zwar sind wieder zwei dragon charaktere ich habe eigentlich im letzten part gesagt bei den gogeta dass ich ja eigentlich die drei charaktere einzeln machen möchte aber weil die beiden passen gut zusammen und die beiden ja gut bin ich recht nahe so ich würde sagen wir machen wieder ein training und dann seid mal gespannt so wir fangen mal erst mal mit dem ersten charakter es ist vegeta in der margin form gefällt mir persönlich verdammt gut und dann haben wir noch den zweiten charakter es ist tranks aus der bojack saga ja das sind so die drei charaktere vorher natürlich gogeta die kann ich ja auch mal mitnehmen natürlich werden wir nur mit den ersten beiden spielen erstmal wenn ihr das gogeta video noch nicht gesehen habt das ist alles in der playlist drin ich habe eine jumpforce playlist ich habe auch noch eine jumpforce story playlist falls euch das interessiert falls ihr noch mal die story sehen wollt dürft ihr da gerne auch reingucken würde mich auf jeden fall freuen ist mein erstes let's play gewesen dass ich also mein erstes story let's play was ich gemacht habe dieser schreibt mir doch gerne eure meinung in die kommentare was ihr dazu wie ihr das fandet ob ich davon mehr machen soll und ja so soll da sind wir auf jeden fall gucken uns wie geht haben wir in ruhe an ich finde er sieht ganz gut aus eigentlich ich greife erst mal in ruhe an immer gespannt in was der sich noch verwandeln kann wir fangen an mit dem ganz normalen gar nicht zuerst das hier wieder das ist echt geil aus so es war schon die erste attacke dann machen wir den willensbrecher auch gar nicht mal nicht aus was haben wir noch in einer gesperrfeuer darf natürlich nicht gehen treffen eigentlich auch kaum wir machen das feine flash einer hat das wenig gezogen wir versuchen wir uns mal zu verwandeln wir müssen uns leider sofort in den super seit dem buch verwandeln das geht ja nicht auf die hälfte ok jetzt bin ich mal auf eure meinung gespannt wie findet ihr super seite blue wie geht der martin da bin ich ja mal auf eure meinung gespannt also ja ich sag sie euch gleich also hat mir mal erst eure dinge ist da eure meinung in die kommentare ich sagte super seiten die tausendmal geiler aus als blut in der martin form aber weil das sieht irgendwie so aus er sieht sehr komisch aus gewöhnungsbedürftig sage ich es mal so super seiten sieht doch besser aus ist meine meinung eure meinung möchte ich aber gerne auch hören das war schon der vegeta dann gehen wir mal auf trunks gucken uns ihn an sieht gar nicht mal so schlecht aus dass er aus der bojack sage die trunks moveset haben die hier echt gut gemacht also ich finde besser hätten die trunks hier in diesem spiel auch nicht machen können diese attacke gefällt mir verdammt die brandattacke darf natürlich überhaupt nicht fehlen genauso wie die schimmer schwert attacke dass sie dir gegeben haben finde ich schon geil ich hätte mir zwar gewinnt dass man die flag das ulti genommen hätte die attacke gefällt mir ehrlich gesagt nicht so und ich ehrlich bin die sieht zwar die sieht scheiße aus weil das sieht das noch gut aus aber jetzt wo diese strahlen daraus kommen was sieht aus ob da irgendwelche funken rausschießen das finde ich jetzt eben nicht so cool ähm gut was sieht ja übelst nice aus hat ja die form auch in bojack gut ich bin mir gar nicht sicher ob sie nicht aus der sache kommt in der uhr hat wirklich nicht sicher das sieht auf jeden Fall geil aus bäm Und zum Abschluss Und jetzt gleich kämpfen wir nochmal mit den beiden Auf jeden Fall Eine Runde So Ups Wir kämpfen jetzt erstmal mit den beiden noch eine Runde Und ja Ich finde den Majibigeta Finde ich sehr gut gemacht worden Also der gefällt mir am besten Gut das Blue ist wie gesagt ein bisschen Gewöhnungsbedürftig kann man sagen Aber wie gesagt Schreibt mir mal einfach eure Meinung In die Kommentare Was ihr dazu denkt Also gut Kann man so lassen So da haben wir ihn Ich bin mal gespannt in welcher Form sie sich als erstes verwandelt Ich bin auch recht lächerlich Die Computer Dieser Computer macht immer noch nichts Ich habe die Schwierigkeit jetzt auf Firmen Und Ich bin ernsthaft Die Computer machen kaum was Überhaupt nichts eigentlich Weiter Ich bin nicht verwandelt Ich glaube ich wollte gar nicht wechseln Ich glaube nicht mehr ruhig weiter Wenn du möchtest Legt sich niemals mit Bart und Vegeta an Manche Vegeta ist meiner Meinung nach immer noch einer der coolsten Vegeta Bis auf die Aus der Freeza und Saiyajin sage Der quält mir noch ein Stückchen besser Geht doch Jetzt bin ich mal gespannt Achso dann ist das ganz normal Okay Final Flash Mit dem Blut sieht das noch ein bisschen geil aus Mit dem Blut sieht das wirklich noch ein bisschen geil aus So ich werde mich jetzt nur noch in den Blut verwandeln lassen Also ich muss mich leider schon wieder ein bisschen verprügeln lassen Das kann jetzt irgendwie ein bisschen wieder dauern Ob wir uns ja leider anscheinend die Blut verwandeln können Los jetzt Geht doch Ja Ja Perfekt Ja Gut passt Mit dem Blut sieht das schon ein bisschen besser aus Wir gucken mal Oh So war nicht mal getroffen Wechseln wir jetzt mal rüber zu Trunks Und zack Wach Noch ein bisschen Hier und lass mich jetzt extra verlieren Das ist nicht schlimm Das ist mein stärkster Angriff So ich wandel uns mal Mit diesem schwarzen Mit diesem schwarzen Ähm Wie schaut sich das schon viel besser aus In Form Oh nein Okay Und stirb Ähm Sonst ist der beste Da mach mal ne Ruhe Da kann ich gleich nochmal ne ulti einsetzen Das ist doch meine Die Attacke finde ich immer Verdammt cool Danke Das war doch die Verordnung So wir wechseln nochmal auf einen Charakter Und heute Um mit Tanks werden wir's finishen Bam auch leute ich liebe einfach mal kurz machen wir so viel spaß und aber gerne kommentare wirken die besser findet trunks oder vegeta also welchen mord jetzt ich bin ganz klar für vegeta obwohl das auch geil aussieht aber manche wie geht das einfach ich liebe manche wie geht das ist wirklich mein liebiges vegeta form sozusagen natürlich fand ich in den brody für den super site in gott wie geht er echt leist aber trotzdem martin wie geht da kommt keiner an ich verwandle mich jetzt er hat mich jetzt noch ein bisschen auf dass ich mich noch mal einmal treffen und jetzt auch das ist gleich noch mal die ulti einsetzen können zum abschluss doch so kann man schon wieder sagen dass der vegeta doch wieder gut aussieht aber gut schreiben wir gerne eure meinung in die kommentare wie er das video von der weltcharakter er ihr besser fandet von den beiden trunks oder wie geht er wenn ihr davon mehr sehen wollt lasst einen daumen nach oben da vielleicht sogar ein abo wird mich auf jeden fall freuen haut rein bis zum nächsten mal und ciao